das visier ist unaufwendbar klasse und dafür muss ich natürlich wieder zurück natürlich dafür muss ich wieder zurück ist ja wunderschön das war an den moment marley ok keine rex und anstieg schon mal Oh, hier liegen noch Sachen. Hallo. Vielen Dank. Hallo. Danke. Das ist er nicht. Hier direkt eigentlich. Aber irgendwie sind hier gar keine Skeks. Das ist ein ausgewachsener Skek. Ach, ich will da hoch. Ich darf da nicht hoch machen. Bist du vielleicht... Ah. Hallo. Bist du vielleicht einfach nur ein Köder? Offensichtlich nicht. Uiuiui. Erschreckt mich doch nicht. Ich suche eure Freunde. Mo und Marley. Schon mal gehört? Oder gesehen? Mann, seid ihr unhöflich. Ich suche doch nur jemanden. Hey. Habt ihr es jetzt? Hm. Also angeblich genau hier. Ich darf hier gerade vielleicht doch runter. Ausgewachsener. Ausgewachsener. Da sind keine Skeks. Na. Ich gucke kurz die hier. Das ist ein ausgewachsener. So, das sind alles dreist nur normale. Das hier haben wir drin. Toll. Wie finde ich die denn? Eine Idee? Jetzt müssen wir erst eure Freunde alle rumbringen. Damit ihr irgendwie rauskommt. Wow. Zwei mit einem Streich. Ja. Kommt erst mal ein Stück ran. Ist ein bisschen lustig. Wirst du nicht so ganz wissen, was ihr machen solltet. Aber. Das sind alles nur normale Skeks. Keine besonderen. Und mir geht die Sniper-Muni aus. Ich glaube einer ist jetzt rumgerannt. Gut. Wollen wir ja gleich sehen. Ach. Okay. Vielleicht ist er auch nicht rumgerannt. Boah. Ernsthaft? Drei auf einmal? Die haben wir besser. Aber das sind nicht die, die ich suche. Und jetzt rutschen auch keine mehr nach. Ich habe keine Sniper-Muni mehr. Das ist ja blöd. Huch. Hallo. Es wird auch einer so halb rumgerannt. Was? Von wo? Oh. Hallo. Ich habe ich gesucht. Unter anderem. Ist ja sehr schön, dass du dich jetzt mal zeigst. Oh. Hallo. Auch sie habe ich gesucht. Ähm. Mann. Oh. Hallo. Durchreise. Halt's Maul. Guck mal. Ich kriege Hilfe. Achau. Halt's Maul. Oh. 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 Keine Muni mehr. Keine Muni mehr. Nein, nein, nein Oh, Mo schon ordentlich runtergekloppt Oh, ei, ei, ei Das wollte ich eigentlich gerade gar nicht, aber egal Die sagen, ich habe das Geld Punkte Zack Okay, wo sind die denn jetzt? Nein, nein Nein Oh, Mann Lauf, 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 lauf Mir geht die Muni aus Uh, Sniper Muni Uh, Sniper Muni Nein Ach komm, stirb, halt's Maul Oh, komm, lad schneller nach, Mädchen Ich gönn mir mal ganz kurz ein leichtes Medikit Ach, da ist auch noch einer, toll Warum sagt denn das keiner Warum sagt denn das keiner? Nein Komm, ich brauch Gesundheit Was? Letzter Schuss Hier geblieben Hier geblieben Oh, auch keine Muni mehr Scheiße Oh, auch keine Muni mehr Scheiße Nein Nein Na, auf damit Ah, der hat nur drei Schuss? Boah, ist ja wohl ein Huhn Die ist prinzipiell auch nicht schlecht Ja, macht mal Ob er eine Chance hätte Ob er eine Chance hätte Man träumt ihn hier nachts Ah, kommt schon Ach, die macht nicht grad viel Schaden Aber mit wenig Muni kann man nicht wählerisch sein Ah, da Ah, stirb, stirb Ah Uh, was ein Schlachtfeld Voll Ah Ah, vielen Dank für die Muni So Ja Ich beeile mich mal ein bisschen Bin nur auf der Durchreise Nur auf der Durchreise Nein Geh kacken Und lass mich in Ruhe Verpiss dich Verpiss dich Hups So Gott, war das eine schwere Geburt Mh mh, hm, hm Oi, ui, ui perfekt gereicht erst mal wieder was hatte ich denn drin nein 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 die hier so man ihr schon wieder das ist mir egal so erst mal hier sie ist eine schönheit nicht wahr ich bin wirklich froh dass die banditen sie nicht gefunden haben warum behältst du sie nicht einfach eine hübsche neue kombatriffe wäre doch mehr als praktisch oder die gerüchte sind wahr ausgezeichnet mit dieser bezahlung erklärst du dich einverstanden dass mir die ehre für das töten dieser monster gebührt die frauen in sanctuary werden beeindruckt sein mein facebook jetzt war jetzt auch noch brandschaden kriegen dadurch ich frage mich gerade wie viele artefakte ich eigentlich ausrüsten kann okay so mal eben kurz hier welche haben wir jetzt bekommen habe ich gar nicht darauf geachtet die hier können erstmal weg die können weg und die beiden blauen behalte ich erstmal da probiere ich mir euch mal noch mit aus dann ohne menge schilder habe ich hallo verkaufen bitte danke achso muni gleich noch einkaufen nicht nur das ich brauche auch immer genug muni das wird sonst echt uncool okay nein das haben wir entschuldigung ich will nichts vergleichen ich will kaufen sonst noch was die hier so was hast du hier schönes über große magazine klingt gut so gibt mir alle euer geld der doktor vielleicht was für uns achso nee das haben wir schon angenommen das läuft ja schon so was haben wir jetzt noch offen für quests und haben wir noch skill punkte nein haben wir nicht wir haben die sniper rifle die offensichtlich nicht funktioniert ich brauche mal wieder einen zettel ich schreibe mir da mal was auf ein moment borderlands sniper quest ich guck mal ob es da irgendeine lösung gibt aber wir standen ja nur direkt davor und es ging ja trotzdem nicht dann haben wir den todeskreis und die schlacht um die bedlands genau das denke ich auch denn die schlacht um die bedlands die werden wir beim nächsten mal machen ja ganz ehrlich ihr könnt darum laufen wie ihr wollt das ist mir wurst ich beende jetzt die aufnahme und stelle mich einfach in sicherheit und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal ciao